Hey Leute, hier ist Max, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, mein Finger ist immer noch nicht ganz heil ab, ich hoffe es wird bald heil sein, aber heute geht's was richtig heftig, heute gibt's ein richtig krankes Video, ich hab's am Titel gelesen, es geht um Beißen, Lecken oder gar nichts zu und da werde ich mir gleich drei Zettel machen und zusammen mit Chrissy und meiner Mama werde ich das Ganze machen und das wird richtig abartig, weil es echt eklige Sachen gibt, ich hoffe die werden nicht allzu eklig, vor allem für mich nicht, aber ich will sagen, wir sehen gleich nochmal ganz kurz wie es funktioniert, bevor es jetzt allerdings losgeht, lasst nicht einen Daumen nach oben auf den Kanal, kostenlos umzauberlinnen und wer möchte, kann sich bei einem Merch-Bei-Shop, das geilste Merch einfach unten in der ersten Videobeschreibung, schaut alle mal vorbei, gibt's übrigens kostenlos Autogrammkarten dazu, also haut rein, unten in der Videobeschreibung, klickt vor rein, kart mal jetzt auch in den Kommentar rein, was ist das Essen, was ihr überhaupt nicht mögt, also bei mir gibt's vieles, zum Beispiel Tomaten, Fisch mag ich eigentlich auch nicht so richtig, klickt vor rein, was ist euer Hass-Essen? Also jetzt sind wir hier in meiner Küche, Esch, gerade mit der Kamera, wir hatten wir, wir sind auch alle hier, der, die und Leon ist auch dabei, als Zuschauer, hier ist jetzt hier einmal darum, dass wir drei Zettel haben, einmal nichts, einmal lecken, lecken, und beißen, einmal beißen und gleich für Leon, also der Kumpel von Esch hier, und Sachen, Einmal, und dann diese Kuppel hier legen, und dann, naja, wenn man einen Zettel gezogen hat, mir nichts, muss man nichts machen, wenn man einen Zettel mit Weißen hat, muss man einmal abbeißen, wenn man den Zettel mit Lecken muss man es einmal schön darüber ablecken, Ich will sagen, jetzt geht's mal los, bevor es losgelassen, nochmal oben da, und bist du gespannt, Chriss, wie hast du Angst? Ich hoffe, ich darf nicht beißen, und ich leckere Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab schon so ein Challenge hinter mir, mies, dann muss die Mama vom Butter abbeißen, ich hab ein paar echt richtig miese Sachen gekauft, ich hoffe natürlich, dass ich die selber nicht nachher bekomme, wegen bekommst du sie, ja genau, ich auch, ihr seid da, ne? Okay, erst mal kurz Zettel ziehen, erst verteilt die Zettel einmal ganz kurz und dann bin ich gespannt, wer rauskommt. Warte mal. Nicht reingucken, nicht reingucken. Also wir sind nicht geguckt. Den krieg ich. Und Chris, die andere. Nein. Noch nicht öffnen. Muss ich das, ablecken. Gar nichts. Also ich hab Glück. Okay, wir zeigen mal ganz, was drin ist. Drei, zwei, eins. Bam. Hä? Das geht schon durch. Ah, ich weiß was. Das geht nicht. Ich zeig euch gleich, was das ist. Käse? Leute, ihr wisst doch nicht, es ist Käse. Nein, mit diesem Schimmel wieder. Das ist richtig. Ich kann mal ein bisschen zerschneiden. Das ist richtig, richtiger, fetter Schimmelkäse, der richtig hart stinkt. Der ist richtig gut. Und? Hier einmal abblecken bitte. Ich muss das auch schon machen. Du beißt einmal schön ab. Also du magst ja Käse. Wir drehen in die Augen. Und ich darf nichts machen. Ja, los geht's. Bitte erstmal abblecken. Das ist harmlosere zuerst hier. Schmeckt gut, ne? Ist richtig lecker, oder? Das schmeckt super gut. Und jetzt wird hier am abgebissen. Schmeckt's? Also schon. Genau. Hier, Ash. Da siehst du mal, wie du es im Ohr. Nein! Wo ist es? Man sagt eigentlich, dass Stinkekäse eigentlich ganz gut schmeckt. Aber es stinkt halt eben. Schmeckt's? Aber es ist eh gehaft. Echt? Das schmeckt gut. Nein, ich würde sagen, das packen wir jetzt auch noch zurück. Oh, dann geht's jetzt einmal die nächste Runde. Erste Runde überlebt? Erste Runde überlebt? Erste Runde überlebt? Erste Runde überlebt? Oh nein. Oh nein. Oh nein, das nächste kommt. Danke. Dankeschön. Nein! Ah! Ich hab Weißen. Ja, okay. Ich hab Ablecken. Ich muss abbeißen. Ich hab Ablecken. Ich hab Ablecken. Ich glaub, Lecken ist am schlimmsten, glaub ich. Ja, ich glaub auch. Aber über das gewürzte Lecken. Über das gewürzte Lecken. Drei, zwei, eins. Aber da rüber lecken. Über das grüne Lecken. Das ist Lachsen. Über das grüne Lecken. Über das grüne Lecken. Nein, lass auf den Teller. Lass auf den Teller ich esse. Ich weiß, ich mag eigentlich gar keinen Leitz. Aber es glaub ich, so schlimm ist ein Ohr. Oh. Einmal ganz gut. Das ist diese Mischung mit Dill, ne? Yes. Erst Runde. Könnt ihr mal was Leckeres haben? Wir brauchen mal was Leckeres hier. Stimmt, was ganz Schlimmes. Selfie. Es gibt mir jetzt ein Leckeres. Ich hab nichts Leckeres geholt. Ich hab echt nichts Leckeres geholt, Leute. Ich würde sagen, wenn wir gleich beide Ablecken oder Ablecken haben, dann kriegst du das in die Ablecken und Ablecken und wir nichts. Ich geb dir jetzt mein Abbeißen und Ablecken ab, ja? Warum? Ja, du musst es danach machen. Hä, wo? Nein, das ist unfair. Wenn es unfair ist, schreibt in die Kommentare. Hashtag unfair. Nein, nicht unfair. Natürlich ist es unfair, wenn die mir alles geben. Und Ehrenmann. Gibt es das Wort? Wir sind wieder bereit. Wir haben irgendwas ausgeheckt, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich muss ich gleich wieder leiden. Guck mal, wie er guckt. Warte mal. Warte, komm mal kurz. Siehst du, wir sprechen jetzt. Ey. Was ist das denn hier? Max muss was Ekeliges kriegen jetzt. Nein, ich, ey. Chrissy. Er hatte bis jetzt noch nichts. Doch. Ich musste gerade eben abbeißen. Max, komm zu Max. Nein, nicht ich. Und? Ich hab nichts. Endlich. Lecken. Und ich? Abbeißen. Geil. Nicht geil. Okay, drei. Zwei. Eins. Und? Kaffeepulver. Nein, Kaffeepulver. Kaffeepulver. Was? Zieht einfach schnell. Ah, das trinkt es dir her. Leck mal erstmal. Ich leck alles ab, dann muss mein gelecktes auch ab. Es wird eh absolut widerlich. Das wird eklig. Und? Komm, plötzlich einmal reinlecken nur. Einmal nur. Guck mal, die zittert schon. Darf man das so roh essen? Ja. Zu spät. Darf man auch. Okay, let's go. Max, mach mal rein. Ohhhh. 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 Ihhh. Du kannst ihn als Staub saugen. Ohhhh. 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 Das ist so trocken. Ohhhh. Oh Gott. Echt auch nochmal ein bisschen? Ähm. Das kriegst du noch irgendwann zu. Widerlich. Ohhhh. Das ist ja noch gefühlt schlimmer als Mehl. Das klappt auch an den Zähnen fest irgendwie. Ihhh. Sieht von da noch was? Nein. Du fängst an? Du nimmst das. Und du nimmst das? Und dann nehme ich das letzte. Nein! Ich sehe ein SZ. Ich werde das nächste ablecken müssen. Ich dachte, ich darf jetzt lecken. Nee, du hast schon wieder gar nichts. Warum hat Cassie jetzt schon zweimal? Wieso schon wieder? Ich hatte nichts mit der letzten Runde. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Kaffee jetzt? Ich rieche doch auch nach Kaffee. Ach ja, stimmt. Riech nach Kaffee? Nein! Hä? Was habt ihr denn gegen mich? Oh oh, das nächste kommt. Nein. Da ist die nächste Kuppel. Oh 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 oh. Ihhh. Wir haben die. 2, 1. Bah! Nein! Was ist das? Nicht schon wieder. Nein. Das ist irgendwie ein Fettstück. Richtig. Irgendwie ein richtig fettes Stück Fett. Ich bin froh, dass ich nichts habe. Scheiße, du musst ablecken. Oh, wir tauschen. Ich lege es ab. Nein, nein, nein. Ich beiß aber kurz ab von der Ecke. Dann beiß man schön ab von der Ecke. Dann beiß man schön ab von der Ecke. Dann lass ich letztens einmal Butter von der Ecke. Mach jetzt! Das war ganz schnell. Mama! Nein! Wir machen es letztens mal so schlecht. Anfass kannst du auch. Mach oder ich bräuchte es jetzt nicht. Guck mal, wie das aussieht. Und... Selbst das kleine Stück hier das Schneekeler. Lass, lass ruhig hier. Lass ruhig hier. So, dann probiere ich direkt weiter. Bah! Das ist ja mal übel. Ekelhaft. Oh, ich muss das hier schon kratzen. Ich auch. Äh, habt ihr schon mal Fett gegessen? Ja, nein. Welches Fett ist denn das? Ne, äh, Kokosfett. Äh, aber was war es noch schlimmer? Glaube ich dir. Aber das ist... Nächste Runde bitte. Echt nicht lecker. Nächste Runde. Sind wir gleich fertig? Ich hoffe, es wird besser. Es gibt noch ein paar echt widerliche Runden. 5 Runden noch? Ich dachte, das ist ja schon fertig. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Noch 4! Oh, ist das neue. Oh, das passt auch wieder. Es passt nicht drauf. Lass uns jetzt runter retten. Wollen wir mal riechen? Wollen wir mal gucken? Ich rieche nur noch Kaffee. Ich rieche nur dieses Kaffee. Nicht reingucken, Mama. Oh nein, ich schummel nicht rausgegeben. Das ist das Schlimmste, was ich je verfürchtet habe. Ja, ich sehe mich jetzt. Ahhhh! Ahhhh! Oh mein Gott! Ihr habt geschummelt gerade. Ash! Nein! Die haben runtergeguckt. Max hat einfach aufgemacht. Der hat einfach den Deckel hochgehoben. Wenn das jetzt beißen ist, ne? Oh Mann, wenn das jetzt hier abbeißen ist, dann wäre echt ein Wirkkreis. Ah, ich hab nichts! Ich hab nichts! Was hast du? Nein. Christi hat beißen? Ahhhhh! 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 Also warte! Christi hat abbeißen! Eiiiins und den Tenfel! Nein! Dass man haben kann, ehrlich gesagt. Groß Mahlzeit! Christi darf abbeißen. Ich darf auch direkt, dann mach ich meinen Job. Nein! Nein! Stopp, 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 stopp! Lass mich erstmal abbeißen! Ich tut mir voll leid. Ihhh, das ist mein Ge... Der Tropf noch, ne? Ähhh! Schleimig! Ahhhh! Ich kann es rein! Schlimmer, weil das... Habt ihr es vorher abgewaschen vielleicht? Oder es ist jetzt so ausgepackt, wie es ist? Ich hab abgewaschen. Ich hab's abgewaschen. Ahhhhh! Papi nicht! Ahhhhh! Es ist Frank! Du brauchst zurück, Freundchen, das kriegst du so zurück. Nein, das war alles gut so. Danke, Jungs! Wie, das ist gut so? Nichts ist gut so! Das ist überhaupt nicht gut so! Lose! So, tada! Nein! Hier ist schon was! Irgendwas mit Ecken! Was ist denn das mit Ecken? Nein! Ablecken! Was ist da? Abbeißen! Das magst du doch! Du magst das, Chrissi! Hä? Echt? Ja! Wenn du Lecken hast und du abbeißen musst... Dann hast du nichts! Ich hab nichts! Puh, ich muss nichts machen! Eins! Und... Bäh! Nee! Chrissi, das ist noch Händchen zu nählen! Ich... Nein! Das sind was komisches! Das sind Krabben! Ach so! Lecker! Wie, dann würde ich sagen, kannst du hier einmal reinbeißen? Stinken sie? Du magst doch sowas, oder nicht? Das riecht nach... Wie heißen die? Diese russischen Fischstäbnern. Ich weiß, was du meinst. Das sind diese... Krivetten oder so. Probier mal! Äh! Höh! 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 Spass! Riecht mal! Riecht mal! Zu Kontrollen! Oh! Kackelhaft! Das stinkt! Wenn du abbeißst! So, mach mal! Wie lecker ist! Sieht sehr lecker aus! Muss ich dir lassen! Und... 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 Nein! Zwei! Ich will erstmal wissen, was ich habe! Das ist so, das habe ich! Das habe ich! Nichts! Nein! Nein! Das heißt für mich, ich muss beißen! Was ist denn da? Nr. 3, 2, 1... Nein! Wachtel-Eier! Das sind diese Wachtel-Eier! Das heißt ja, dass ich jetzt in diese Wachtel-Eier reinbeißen muss, ne? Die müssen auch rein waschen! Ja! Matsch! Und ich darf reinbeißen! Nichts! Hier, dann abgewaschenes Ei! Machen wir mal ablecken! Nein! 2, 1 und... Schmeckt? Nee! Gar nichts! Du weißt da doch nicht rein, oder? Ja, musst du! 3, 2, 1! Kommt, los geht's! Ah! Ah! Es ist ein rohes Ei! 3, 2, 1! Okay, nochmal! 3, 2, 1! 1! Ah! Hilfe! Das ist aber die schlimmste! Was? Die schlimmste? Nein! Es wird jetzt die schlimmste Runde! Können wir mal Max abbeißen geben? Nein! Können wir das mal vernünftig... Können wir das mal wieder vernünftig lösen? Und Christi und für mich nichts, für Max beides! Hä? Schreib mal auf der Seite! Was ist denn das Schlimmeres noch? Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gehofft hab! Nein! Das Schlimmste wär schon längst dran! Aber jetzt kommt die letzte und ekligste Runde! Ich hab echt Angst! Max! Du darfst... Hier ist das letzte drin! Wir losen das einfach! Sie fangt das! Mama! Das zweite kommt an... Nein! Bitte nicht! Ich hab's! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich hab nichts! Du kannst das beides kaufen! Mach auf! Drei! Zwei! Ich ende mich wieder weiter! Was ist das? Was ist das? Das darfst du essen? Ich habe nichts! Doch, doch! Du darfst doch jetzt keine Hasen! Ich habe nichts! Das darf man nicht! Das ist giftig! Das ist nicht giftig! Das ist eine Getreidebasis! Getreide! Guten Appetit! Ich hab nichts! Mama! Du musst Chrissy! Einmal reinbeißen! Was ist das hier? Sieht aus wie Hasenkötel! Ja, irgendwie schon! Nein! Welches Teil soll ich denn da rausnehmen? Stuhl! Du darfst noch was an der Zunge kleben bleiben, meinst du? Nein, da sind irgendwie komische Sachen drin! Also wir haben Rasenmäher, musst du da rüber jetzt! Das ist alles? Ey, das war salzig! Echt? Ja, das ist Salz! Ein bisschen Stroh da, oder was ist das hier? Vielleicht sind das Erdbeeren? Ja, probier mal! Probier mal! Oder rote Beete! Extra Gemüse hier für Kaninchen! Du hast es für uns besorgt! Das sah lustig aus! Ich dachte mir so... Was ist mit dieser Video? Nein, 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 nein! Einmal reinbeißen! Was? Komm schon! Du hast es... Was? Weiß ich nicht! Das sind Kekse, Chrissy! Die leckere Hasenkekse! Ja, genau! Beiß mal einfach rein! Das ist ein Hasenfutter! Das ist ein Hasenfutter! Einmal reinbeißen! Wir haben nur so ein kleines Biss hier! Siehst du, ich machst sie wie Ash! Was ist das? Ey, Max, probier mal! Willst du? Ja, komm! Was? Ihr probiert auch! Nein, mach dir nicht! Ich glaub das nicht! Abbeißen, wegspalten, ausspucken! Das ist nicht so lecker! Wunderschlucken! 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 Nein! Wunderschlucken! Wunderschlucken! Habe ich was aufgeschlucken? Nee, bitte nicht Wunderschlucken! Wunderschlucken! Dass sie nicht zum Hasen werden! Genau! Kein Bauchschmerzen! Wunderschlucken! Warst du jetzt an der Stelle von dem Video! Und uns hier! Lass auf jeden Fall mal einen fetten Daumen nach oben! Hab dafür da! Und vergesst nicht den Kanal kostenlos! Auf Wiedersehen! Wunderschlucken! Es gibt kein Wurzschmerz! Es war ausverkauft! Ist der beste Wurzschmerz! Ist der beste Wurzschmerz! Auf jeden Fall gerne! Tschüss! Tschüss! Ciao! Ciao! Ciao!